Da müssen Sie sehr vorsichtig sein, wenn Sie sich festlegen, denn das kann ein großer Erfolg sein, das kann ein großer Schaden auch für Sie sein, wenn Sie sich irren, denn natürlich sind große Vorbereitungen, Reklame und so weiter, alles das dafür nötig und das läuft ins Geld und wenn die Enttäuschung nachher groß ist, schlägt es auf Sie zurück. Man sagt, er hat keine Ahnung und so weiter. Ich bin immer unsicher, muss ich sagen. Ich bin selbst noch nach den Versicherungen der Zeitung, meinetwegen des Publikumsbeifalls, bin ich unsicher, ob ich das getroffen habe, was ich eigentlich machen wollte. Ein Star ist, das möchte ich gleich hier einmal sagen, ist nie gemacht alleine durch sich selber. Ein Stargap ist gemacht durch sein Ambiente, das der Regisseur oder das Studium gibt. Wenn Sie Clark Gable zusammensparen mit Dorothy Mellone und so weiter, sagen wir mal, um einen amerikanischen Star zu nennen, so ist das vielleicht ein schlechtes, eine schlechte Paarung. Und einer wird auf den anderen negative Strahlen aussenden, nicht wahr? Auch müssen sie sich mögen oder meinetwegen sollen sie sich sehr stark hassen, nicht wahr? Schau hier, ist es customary für Mr. Fleming's Secretary to pass judgment for his boss? Mr. Fleming never makes a move without me. In fact, he very frequently has me take his young ladies out to dinner in order to talk things over. Thanks, I'll go hungry. Die Kamera hat mich eigentlich auch nie enttäuscht in meinem Leben. Wenn ich die entsprechende Linse drin hatte, das entsprechende Licht war gerichtet auf die Gesichter und so weiter, habe ich immer gesehen, dass das durchgekommen ist. Und nicht das Schauspielerische. Es ist ja so. Der Stil ist der tiefste Ausdruck der Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist das über alles andere zu lobende bei einem Schauspieler. Und das einzig bei einem Schauspieler wertvolle ist sie auch beim Regisseur. Sei er ein schlechter oder guter Regisseur sogar. Mir ist ein schlechter Film, der beim Publikum keinen Anlass, Anklang findet und der Anlass zu schlechten Kritiken ist, ist mir immer noch lieber als ein hochgelobter, glatter, nichtssagender Film. Ohne den Ausdruck einer Persönlichkeit dahinter. Ohne den Ausdruck einer Persönlichkeit. Ohne den Ausdruck einer Persönlichkeit.